Nimm dir Zeit Nimm dir Zeit, um zu arbeiten. Es ist der Preis des Erfolges. Nimm dir Zeit, um nachzudenken. Es ist die Quelle der Kraft. Nimm dir Zeit, um zu spielen. Es ist das Geheimnis der Jugend. Nimm dir Zeit, um zu lesen. Es ist die Grundlage des Wissens. Nimm dir Zeit, um freundlich zu sein. Es ist das Tor zum Glücklichsein. Nimm dir Zeit, um zu träumen. Es ist der Weg zu den Sternen. Nimm dir Zeit, um zu lieben. Es ist die wahre Lebensfreude. Nimm dir Zeit, um froh zu sein. Es ist die Musik der Seele. Ich wünsche Ihnen und Euch eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest. Liebe Grüße, Annelie Wendler von den Evangelischen Frauen Friedrichsfeld also, die Freunde sind ein besinn Teil der Schmerzen von Rappen. Yesen, war Sie in der Schmerzen von Rappen. Sie sind die Wendler der Schmerzen von Lappen. uch Holze von Lappen. Aus der Schmerzen von den Schmerzen von Lappen. Untertitelung des ZDF, 2020